Muss man aber nicht. Dezentes Aufbäumen bei den Gästen ansonsten viel zu destruktiv. Siege, Hans-Uwe Pilz, ein blitzgescheiter Heber, Lessiak hebelt Scheuer aus. Das 1 zu 2 nach 85 Minuten. Der locker beglaubte Sieg der Bayern noch in Gefahr? Nein, es blieb bei diesem Resultat. Dennoch ein wunderbares Tor, der lupft, der lupft. Die Bayern haben es aber trotzdem nicht getupft.